35,4 Grad Celsius. Das ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jedenfalls die Rekordtemperatur in Deutschland für dieses Jahr. Sie wurde Ende Juli in Müllheim im Markgräfler-Land gemessen. Gut möglich ist aber, dass sie in diesem Jahr noch übertroffen wird, denn der Sommer ist noch lange nicht vorbei. Wenn man den Vorhersagen glauben darf, die extreme Hitzewelle, von der Südeuropa schon seit Wochen betroffen ist, soll jetzt angeblich auch nach Deutschland schwappen und uns hier zum Schwitzen bringen. Ja, und zwar vor allem in den dicht besiedelten und zugepflasterten Gebieten, also in den Städten, in den Metropolen, ebenso wie in vielen kleineren Mittelstädten und auch denen sogar, die nur 100.000 Einwohner haben und weniger. Neueste Daten zeigen nämlich, dass viele von diesen Städten nur sehr schlecht gegen die Wärme gewappnet sind, obwohl eigentlich allen Beteiligten klar ist, dass Hitzeschutz enorm wichtig für die Kommunen ist. Naja, und auch wichtiger wird wahrscheinlich im Zuge von Klimawandel und zunehmender Wärme. Warum das alles so ist und was passieren sollte, das klären wir in dieser Folge. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Wie wohnen wir und was ist es uns wert? Der Podcast über Immobilien und Wohntrends zwischen Stadt und Land. Mit Wissenschaftsredakteurin Céline Lauer und Wirtschaftsjournalist Michael Fabritius. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Zimmer, Küche, Bad. Ja, hallo auch von mir. Herzlich willkommen. Michael, ich fange heute mal wieder mit einem Ratespiel an. Hatten wir schon länger nicht mehr. Deswegen meine Frage an dich. Was haben Detmold, Rating, Potsdam und Jena gemein? Ja, ich bin ja schon viel in Deutschland unterwegs gewesen und ich war jetzt in allen vier Städten, war ich auch schon. Also sagen wir erstmal zweimal Nordrhein-Westfalen für alle, die sich irgendwie kurz verorten müssen. Einmal Brandenburg und einmal Thüringen. Thüringen, Jena in Thüringen. Das fand ich übrigens besonders schön. Da habe ich auch ein Bildband mitgebracht damals. Da steht drauf, Jena dort drunten im schönen Tale. Das ist wirklich eine wunderbare Lage, die diese Stadt hat. Eine tolle Altstadt davon abgesehen. Ja, aber da jetzt das Thema unserer heutigen Folge Hitze lautet, würde ich mal ganz verwegen vermuten, irgendwas hat es damit zu tun. Also mit der gesamten Lage von Städten und eben wie die Bebauung da drin aussieht. Sehr gut, sehr gut. Detmold, Rating, Potsdam und Jena sind laut einer neuen Auswertung der Deutschen Umwelthilfe gut gegen Hitze geschützt. Also sogar am besten, wenn es nach dieser Auswertung geht. Die Organisation hat nämlich Satellitendaten der 190 größten Städte in Deutschland auswerten lassen und haben sich da einerseits angeguckt, wie viel Fläche dort versiegelt ist, also zugepflastert, bebaut oder zubetoniert. Und andererseits, wie viel Grünvolumen, damit gemeint sind einfach Büsche, Bäume, Wiesen, dort vorhanden ist. Also alles, was auch nach oben wächst. Genau, also nicht nur platter Rasen, sondern auch was eben ein bisschen, naja, dreidimensional wächst. Und dann haben sie das ins Verhältnis gesetzt, wobei die Versiegelung ein bisschen stärker bewertet wurde. Und dabei kam raus, dass diese vier genannten Städte die absoluten Spitzenreiter sind. Also dort wächst besonders viel und es ist relativ wenig Boden zugepflastert oder zubetoniert. Das ist gut aus Hitzeschutzsicht. Genau umgekehrt ist es dagegen in Ludwigshafen, Heilbronn, Regensburg und Worms. Also dort sieht es in Sachen Hitzeschutz sehr, sehr düster aus. Das waren die Schlusslichter. Naja, und sehr viele Kommunen, genauer gesagt 82, schnitten nur sehr mäßig ab, sage ich jetzt mal. Das heißt, da gibt es entweder überdurchschnittlich viel Grau oder unterdurchschnittlich viel Grün. Und beides wirkt sich eben jeweils negativ auf die Temperaturen im Sommer aus. Jetzt muss man so ein bisschen sagen, ich finde, man muss den Städten so ein bisschen was zugestehen, weil das klingt jetzt gleich immer so ein bisschen so, als wären die Städte so irgendwie schuld da dran oder so, wenn sie dann total versiegelt sind. Also Jena zum Beispiel, um nochmal darauf zurückzukommen, hat einfach einen Strukturvorteil, weil da sind am Flussufer, also die schöne Saale fließt ja durch das schöne Jena und da sind jede Menge nicht versiegelte so Überlaufflächen. Und weil Jena halt so total lang gestreckt ist, sind da auch relativ viele Flächen. Also das muss man jetzt einfach sagen, da hat Jena so ein bisschen so ein Wettbewerbsvorteil, mitten im Stadtgebiet, würde ich sagen. Aber ansonsten klar, grundsätzlich gibt es Wärmeinseln dort, wo wenig Grün ist und viel Versiegelung. Und dann, das kennen wir alle, auch jetzt aus dem Urlaub oft im Süden, die Städte saugen sich bei hohen Temperaturen richtig mit Hitze voll und geben das nur langsam wieder ab. Deswegen kann man in Italien auch abends in der Piazza so schön lange in kurzen Hosen sitzen. Das liegt an Materialien, die die Wärme speichern. Natürlich Metall, Glas, Beton, Gestein. Und aber eben an Sachen, die jetzt auch in der neueren Stadtbebauung vorkommen. Dunkle Fassaden und auch besondere Art von Straßenbelägen. Und dazu kommt, dass die Luft sich zwischen den Häusern auch noch staut. Also die Abstände der Baukörper spielen eine Rolle. Abgase kommen dazu, Abwärme von Gebäuden. Ja, und dann, wenn alles, wie gesagt, unten noch versiegelt ist, Wasser kann nicht verdunsten und für Ausgleich sorgen und der Umgebung Werbe entziehen. Also da kommen lauter Sachen zusammen. So, und dann fehlen auch noch Bäume und plötzlich habe ich 50 Grad vor Ort. Da entstehen richtige Wärmeinseln. Und das merkt man auch selber, wenn man durch die Stadt läuft. Da sind teilweise enorme Temperaturunterschiede. Boah, ist das heiß, oder? Ich brauche jetzt erst einmal eine Erfrischung. Kennst du schon die biozertifizierten Bio-Bio-Limus? Mit Bio-Mineralwasser aus der Lüneburger Heide und dem Saft sonnengereifter Früchte aus 100 Prozent kontrolliert biologischem Anbau. Purer Geschmack, pure Freude. Oh ja, ich liebe die vielen leckeren Geschmacksrichtungen. Vor allem Bio-Bio-Limo Zitrone-Limette und Bio-Bio-Limo Orange. Das ist die perfekte Erfrischung für unseren Sommer. Bio-Bio-Limos. Jetzt probieren. Genau, gerade dann im Vergleich zum Umland. Da kann es schon mal bis zu 10 Grad heißer sein als vor den Toren der Stadt. Und vor allem eben auch nachts sind diese Unterschiede sehr groß. Also anders gesagt, in den Zentren kühlt es nicht mehr richtig runter. Und das führt dazu, dass die Leute dann unter tropischen Nächten leiden. Also alles, was dann über 20 Grad bleibt. Und diese hohen Temperaturen führen dann natürlich auch zu gesundheitlichen Beschwerden. Müdigkeit, Kopfweh, Kreislauf, Schlafprobleme. Ich glaube, ihr kennt das alle. Das Problem ist, das kann richtig ernst werden für alte oder sehr junge oder kranke Menschen zum Beispiel. Und teilweise kann es sogar tödlich enden. Besonders krass haben wir das ja in den Rekordsommern 2018 und 2019 erlebt. Da kamen laut Schätzungen sogar hierzulande, also nur hierzulande, mehr als 15.000 Menschen infolge der Hitze um. Das sind schon krasse Zahlen. Also kurzum, Hitze ist gefährlich, anstrengend ist sie außerdem. Und das muss man auch sagen, sie ist schlecht für die Wirtschaft, weil Arbeitnehmer dann einfach weniger leisten. Weil sie unkonzentrierter sind, mehr Fehler machen, nicht so produktiv sind. Ich muss jetzt mal eben kurz was ganz Unwissenschaftliches sagen, Celine. Na? Weil ich ja, also ich muss ja gestehen, ich mag ja Hitze eigentlich. Also gut, bei großer Hitze arbeiten fällt mir auch schwer. Aber so alles so unterhalb von 30 Grad. Also meine Idealtemperatur ist eigentlich so 28 Grad. Ich weiß, das geht wahrscheinlich nicht allen so. Aber ich mag das. Also wie gesagt, das ist persönlich, also ich sage das deshalb, dass hier nicht alles so total katastrophal klingt. Ja, also Wärme kann auch was Schönes sein. Ich meine, die meisten fahren halt immer in den Süden in den Urlaub. Klingt banal, ist aber so. Aber wieder zurück. Ich bin dagegen. Meine Wohlfühltemperatur liegt bei genau 23,5 Grad und alles darüber. Ja, siehst du, aber das ist echt ein interessanter Punkt. Da müssen wir mal eine extra Folge vielleicht darüber machen. Ja, und wir müssen uns über die Klimatisierung unserer zwei Zimmerkirche Bad nochmal unterhalten, glaube ich. Anderes Thema. In diesem Podcaststudio hier, liebe Hörerinnen und Hörer, sind es jetzt schon gefühlt irgendwie über 30. Genau, weit jenseits aller Wohlfühltemperaturen. Deswegen, es muss hier drin kühler werden, dringend, aber eben auch in unseren Kommunen. Und bei den Kommunen ist die Sache etwas einfacher als hier drin, nämlich die sollen sich dagegen rüsten mit allerlei Strategien, Maßnahmen und Konzepten. Ja, ganz genau. Und seit dem 1. Juli dieses Jahres gilt außerdem das Klimaanpassungsgesetz. Das heißt, Bund, Länder und Gemeinden müssen jetzt konkrete Maßnahmen gegen Klimawandel und Extremwetter treffen, also gegen Starkregen. Das ist das eine, was wir jetzt auch oft immer mal gesehen haben, welche Schäden das erzeugen kann und Dürren, aber eben auch gegen Hitzewellen. Zum Beispiel gibt es dafür Geld aus dem Förderprogramm Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel. Aus dem Bundesbauministerium ist das. Genau, es gibt etliche solcher Förderungen, aber, und jetzt kommt es, das hilft in der Praxis offenbar oft nicht so richtig weiter. Das hat mir jedenfalls Stefanie Hauri erzählt, die beim Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung, BBSR, arbeitet. Das ist die Forschungseinrichtung des Bauministeriums. Und Stefanie Hauri leitet dort ein großes Forschungsfeld zu urbaner Hitze. Und sie sagte mir, das Problem ist nicht so sehr, die Konzepte zu erstellen, sondern sie dann in der Praxis umzusetzen. Ja, okay, überraschend. Kennt ja jeder. Im Kopf hat man es schon fertig, aber naja, dann wird es halt schwierig, wenn man es irgendwie konkret umsetzen soll. Oft scheitert es anscheinend bei diesen Projekten an der Versäulung in der Verwaltung, wie sie das nennt. Also man muss sich das so vorstellen, jeder Fachbereich arbeitet so nebeneinander vor sich hin, seine Aufgaben ab, wenn es ein Projekt gibt. Aber es gibt eben keine Stabsstelle, die von oben drauf guckt, das Thema Hitzeschutz amtsübergreifend auf dem Schirm hat und auch sehr frühzeitig sozusagen auf die Agenda hebt. Und außerdem, sagte sie mir, tun sich die Kommunen, Planer, Eigentümer und Bürger, also die verschiedenen Parteien, die dann da involviert sind, doch eher schwer damit, wohl auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und das BBSR hat jetzt beschlossen, die wollen was dagegen tun. Sie haben ein Projekt gestartet, einen Aufruf, bei dem insgesamt neun Kommunen bei der Umsetzung einer Hitzeschutzmaßnahme begleitet werden und auch wissenschaftlich beraten. Und daraus will das BBSR dann sozusagen Erkenntnisse gewinnen, wo hängt es denn jetzt eigentlich und so eine Art, ja, wie soll man sagen, Anleitung oder Blaupause für andere Orte schaffen, damit die das dann in Zukunft leichter haben. Auf jeden Fall, wir müssen unbedingt den Begriff Versäulung hier notieren und mitnehmen in weitere Folgen. Das ist großartig, das Wort. Also nicht vergessen, aufschreiben und fleißig weiter benutzen. Zu den Projekten konkret, da kann ich mir aber auch schon vorstellen, dass es relativ problematisch wird, die richtig umzusetzen. Es geht um Flächen und es gibt Flächenkonkurrenz-Szenen. Natürlich läuft es generell immer auf blau-grüne Infrastrukturen hinaus, so nennt man das. Also entweder Wasser oder grüne Gewächse. So, oder überhaupt Gewächse. Irgendwo einen Trinkbrunnen aufstellen, das sieht vielleicht ganz hübsch aus, ist aber noch relativ harmlos, auch was den Flächenverbrauch angeht. Aber schon einfach Bäume pflanzen. Bäume pflanzen ist für manche Kommunen jetzt schon so eine Überforderungssituation. Einerseits, was das Geld angeht, dazu sage ich gleich noch was, aber eben auch, wie gesagt, den Flächenverbrauch. Denn da, wo ein Baum stehen könnte, steht heute vielleicht noch ein Auto vor der Tür. Und natürlich wollen die Leute auch ihre Autos halt parken und haben den Eindruck, dass sie ein Recht darauf haben. Also einfach nur einen Parkplatz zum Beispiel abzuschaffen, unter Bäume oder Büschel zu pflanzen, ist gar nicht so einfach. Auch wenn es dann für alle kühler wird und netter. Solche Zielkonflikte hat man fast überall. Und das ist jetzt, finde ich, ein wichtiger Punkt, weil wir brauchen ja auch dringend mehr Wohnungen. Also nicht nur jetzt mehr Parkplätze oder irgendwas, sondern es gibt Wohnungsnot, die Mieten sind gestiegen. Und eines der größten Paradigmen der grünen Stadtentwicklungspolitik ist ja Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Also um jeden Preis vermeiden, dass vor der Stadt neues Grünland versiegelt wird, sondern unbedingt neue Wohngebiete, wenn im Zentrum irgendwie entstehen lassen. Also die letzten Brachen oder letzten sogar Grünflächen noch versiegeln, Dächer aufstocken, also Baukörper eigentlich vergrößern. Damit aber, wie gerade beschrieben, vergrößere sich ja eigentlich die Hitzegefahr. Und damit muss man schon sagen, grüne Stadtentwicklung führt unter Umständen zu mehr Hitze in der Stadt. Bei den Dächern sieht man das auch. Das ist auch ein weiterer Zielkonflikt. Die sollen ja auch möglichst begrünt werden, damit sie sich nicht so aufheizen. Das wäre jetzt eine Hitzeschutzmaßnahme. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch, dass da Photovoltaikanlagen drauf sind, dass da irgendwie Sonnenstrom entsteht. Also entweder oder. Manchmal haut das nicht hin wegen Statikanforderungen. Aber auf jeden Fall Photovoltaikanlagen, die Module, die heizen sich tierisch auf. Das kann ich bestätigen. Also auch da ein Zielkonflikt in der grünen Stadtentwicklung. Absolut. Wobei ich jetzt bei meinen Recherchen erfahren habe, dass es auch immer noch passiert, wenn Kommunen dann mal auf der grünen Wiese bauen, dass sie sich dabei dann ihre eigenen Frischluftschneisen zubauen. Also das sind dann die wichtigen grünen Gebiete, die du brauchst, damit überhaupt nochmal kühlere, frische Luft ins Stadtzentrum rein strömen kann und dort eben für einen Ausgleich sorgen kann. Also wie man es dreht und wendet, da kann wirklich viel schief gehen. Es gibt aber noch einen weiteren Zielkonflikt, wenn man ihn so nennen will und das ist das Geld. Also viele Kommunen zucken ja zurück, wenn es um mehr Grün geht, weil manche es sich schon jetzt nicht mal leisten können, Bäume zu ersetzen, wenn die alt und krank waren und gefällt werden mussten. Du hast es mir, glaube ich, gesagt, also allein den Baumstumpf und die Wurzeln nach einer Baumfällung zu entfernen, kann dann locker mal so 1000 Euro kosten. Einfach mal so. So ist das in Berlin-Pankow, der Preis gerade, ja. Ja, und dann hast du einfach nur einen Baumstumpf entfernt, dann hast du noch keinen neuen gepflanzt und noch nicht gestützt und noch nicht gepflegt und noch nicht gegossen. Das kostet nochmal 2000 Euro obendrauf. Genau, und da liegt ein weiteres Problem, wie Stefanie Hauri mir erzählt hat. Es gibt zwar Fördergelder für die Neupflanzung, aber nicht für die Folgekosten. Und damit haben die Kommunen eben Angst, auf diesen Kosten sitzen zu bleiben, wenn sie ihre Bäume hegen und pflegen und stutzen müssen. Das klingt jetzt erstmal ganz nachvollziehbar, dass sie deswegen eben auch nicht in mehr Grün investieren. Aber unterm Strich kommt sie, dass auf lange Dauer noch viel teurer zu stehen. Das wiederum hat mir ein Wirtschaftsforscher erzählt, Jesko Hirschfeld, der arbeitet am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin. Der hat untersucht, welchen Nutzen mehr Stadtgrün bringt, nicht nur aus einer ökologischen, sondern auch aus einer ökonomischen Perspektive. Klar, also Hitze verursacht auch hohe Kosten. Das muss man halt auch nochmal sagen, hatten wir ja auch am Anfang. Man arbeitet langsamer oder schlechter oder wird mehr krank, auch wenn man das jetzt nicht sofort merkt. Und die Wirtschaftsleistung leidet. Auch das ist halt nochmal ein wichtiger Punkt, weil wir nicht so produktiv sind. Das Gesundheitswesen ist stärker belastet. Menschen müssen häufiger medizinisch behandelt werden. Und da gibt es halt noch abseits von den Hitzewellen auch positive Effekte von mehr Grün in der Stadt. Zum Beispiel beim Thema Immobilienkauf. Und da finde ich es besonders interessant, weil mehr Grün ist halt echt Geld wert. Häuser oder Wohnungen, die in der Nähe von großen Grünflächen liegen oder einen Blick auf den Park haben, auf einen Park, erzielen deutlich höhere Preise. Das haben eigentlich auch schon viele Statistiken klar gezeigt, so Kaufpreisstatistiken. Klar, ist ja bei uns genauso. Da wären wir auch sicherlich bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen, als wenn wir jetzt irgendwie auf den Supermarkt oder an eine Tankstelle gucken. Und Jeske Hirschfeld hat jetzt all diese Faktoren zusammengerechnet und sagt, wenn allein in Berlin drei Bäume mehr pro 100 Meter Straße gepflanzt werden würden, könnte das einen Gewinn von mehr als 30 Millionen Euro generieren. Für die Immobilienbesitzer oder du meinst jetzt insgesamt Wirtschaft? Für die Stadt, genau. Schade. Sorry, ich sehe dich schon beim Klappspaten vor deinem Haus. Nein, für große Städte in Deutschland, also wir müssen das jetzt ein bisschen skalieren, könnte sich mehr Vegetation richtig lohnen. Da hat Jeske Hirschfeld einen Nutzen von 100 Millionen Euro oder sogar noch mehr ausgerechnet und das pro Jahr. Also das sind schon immense Summen, durch die sich dann auch wiederum irgendwann das Geld, das man jetzt für Grün ausgeben müsste, amortisiert hätte. Und außerdem, sagt er, zahlen viele dieser Maßnahmen ja auch auf andere Klimaschutzmaßnahmen ein. Also zum Beispiel, weil Starkregen dann auf entsiegelten Böden und Grünflächen versickern kann und so Überflutungen verhindert. Das ist echt auch ein wichtiger Punkt, wirklich. Also das mit dem Starkregen, das unterschätzt man genau so lange bis zu dem Zeitpunkt, wo plötzlich selber der Keller unter Wasser steht. Und man da in Gummistiefeln steht. Jetzt haben wir die ganze Zeit über den öffentlichen Raum gesprochen. Ich würde aber gerne noch ergänzen, dass beim Thema Hitzevorsorge natürlich auch die Gebäude selbst, der Baukörper eine zentrale Rolle spielt. Da gibt es auch Schwierigkeiten, sowohl im Neubau als auch im Bestand. Es gibt zwar schon lauter Vorschriften, was die Effizienz angeht, also Dämmvorschriften und alle möglichen anderen Vorgaben für neu gebaute Häuser. Aber auch so weniger Glasfronten sollen geplant und gebaut werden. Oder wenigstens möglichst so, dass sich die pralle Nachmittagssonne über Stunden hineinscheint. Es gab auch schon einen ganz bekannten Fall in London. Da wurde so ein Hochhaus gebaut. Da haben die Glasflächen draußen fast so einen Paraboleffekt gehabt und richtig in die Straße reingestrahlt. Und da ist eine tierische Hitze entstanden. Da gab es auch Schadensersatzklagen und so weiter. Ganz interessanter Fall. Extra Folge, würde ich sagen. Und nochmal, auch das mit diesen Photovoltaikanlagen auf den Dächern, die heizen sich auch auf. Also das ist für mich immer noch ein bisschen so ein ungelöster Punkt. Klimaanlagen, finde ich, im Gebäude, am Gebäude kann man machen, damit man wenigstens drinnen effizienter arbeiten kann. Stichwort Produktivität. Und da meine ich, man könnte sich in Deutschland ein bisschen von der Klimaanlagenphobie lösen. In Büros, finde ich, könnte das echt ganz gut sein, wenn man nicht nur Lüftung, sondern echte Klimaanlagen hätte. Südlich der Alpen ist das Standard. Aber gut, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen oder Meinungen dazu. Ich finde, im Zweifel sollte man sich halt einfach auf die zunehmende Hitze irgendwie einstellen und technisch vorbereiten. Ja, du weißt, dass ich immer für Harmonie in unserer kleinen WG hier zu haben bin. Aber da muss ich dir leider widersprechen. Ich sehe es ein bisschen anders. Also natürlich freue ich mich auch, wenn ich an einem richtig heißen Sommertag mich hier in unser klimatisiertes Büro flüchten kann, wenn ich nicht gerade hier im Studio sitze. Aber ich denke, auf die Masse gesehen lösen Klimaanlagen das Problem nicht wirklich. Erstens, ja, es wird dann drinnen schön kühl, aber draußen dafür umso heißer, weil die Dinge Abwärme produzieren. Es wird laut und es wird vor allem sehr, sehr hässlich. Also wer die Fassaden aus südlicheren Ländern kennt, wo diese Kästen dann da außen dranhängen und vor sich hin ventilieren, der weiß, glaube ich, ganz gut, was ich meine. Und noch dazu muss ich sagen, im Bestand wird das alles nochmal schwieriger, da nachzurüsten. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an den Denkmalschutz. Wenn man, wie ich, in einem wunderschönen Gründerzeit-Altbau wohnt, da darf man ja nicht mal außen Rollos anbringen, geschweige denn große Löcher in die Wand bohren. Und in Berlin greift man in solchen Fällen ja gerne zur Rettungsfolie aus dem Erste-Hilfe-Kasten. Wenigstens die kann man sich dann außen um die Fenster wickeln, um die Sonne ein bisschen rauszuhalten. Das Fazit Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie eure Stadt beim Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe abgeschnitten hat und ob ihr vielleicht auch eine Rettungsfolie außen anbringen solltet, es gibt eine Karte mit allen 190 Kommunen, die findet ihr online in meinem Artikel zu dem Thema, warum deutsche Städte so schlecht gegen Hitze geschützt sind. Darin gibt es auch übrigens noch ein paar mehr Fakten, die jetzt nicht mehr in diese Folge gepasst haben. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wer in der Stadt lebt und in einem Haus mit Flachdach oder auch teilweise Flachdach, das ist ja vor allem bei Altbauten oft der Fall, informiert euch über Förderprogramme in eurem Bundesland oder in der Kommune über Gründachförderung. Da habe ich mal eine ganze Weile rumrecherchiert und echt einiges gefunden. Solange es in den Bundesländern noch keine echte Solardachpflicht gibt, und das ist ja in der Mehrheit noch der Fall, hat man häufig noch die Möglichkeit, Sukkulenten halt, also irgendwelche Pflanzen, die da oben gut klarkommen, aufs Dach zu pflanzen. Man bekommt da teilweise zweistellige Eurobeträge pro Quadratmeter und hat anschließend dann ein angenehmeres Mikroklima außen und sogar noch Wärmeschutz innen, in den Dachgeschosswohnungen. Und ich habe noch einen Online-Tipp für euch. Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung hat auch ein interaktives Tool namens Stadtgrün Wertschätzen entwickelt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und mit dieser Anwendung könnt ihr euch für die 23 größten Städte von Augsburg bis Wuppertal anschauen, welchen Nutzen mehr Bäume, Dachbegrünung oder eben auch Parks bringen, in klimatischer und in finanzieller Hinsicht. Übrigens auch, wie viel es eine Stadt kosten würde, wenn sie Straßenbäume oder Grünflächen einbüßt. Vielen Dank noch einmal bis hierhin, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen jetzt übrigens auch mal hitzefrei und gönnen uns eine kleine Urlaubspause, um unsere WG hier mal ein bisschen durchzulüften und runterzubringen. Wir überlegen uns neue Themen und über die unterhalten wir uns dann ab Spätsommer und bringen die euch dann hier wieder bei. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen auch dafür schon habt, schickt uns bitte gerne eine virtuelle Postkarte an die Adresse 2zkb.welt.de. Auch von mir vielen Dank. Wir freuen uns, wie gesagt, über Post und hören uns im September wieder mit einer neuen Folge 2 Zimmer Küche Bad auf Weltplus und Apple Podcasts dann sogar schon zwei Wochen früher. Und natürlich, wenn ihr bis dahin Lust habt, hinterlasst uns gerne Abos und Bewertungen auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Habt eine gute Zeit, einen schönen Spätsommer noch. Macht's gut. Tschüss.